Hallo, hier ist der Martin von Monimankies, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 13. März 2024 und unser DAX wurde angeschoben von einem deutschen Automobilhersteller, der im DAX auch gut drücken konnte zum Dienstag. Nun auf neue Hochs geschoben, wollen können wieder Party machen, kennen Sie noch, Partyzug sah noch nicht so lange her, obwohl wir haben neue Hochs gekriegt. Wir hatten uns gestern darüber unterhalten, über die Wichtigkeit des Abschlusses an der 800 für alle möglichen negativen Szenarien. SKS und so weiter und so fort, haben wir gesagt, er bräuchte wirklich, um unten raus was zu leisten, die 1800 nach unten raus und würde dann sogar erst den Short-Markt wieder attraktiver machen unterhalb von 17.600. Wir hatten uns dann im Tagesschau angeguckt, dass ja der Aufwärtstrend noch aktiv ist. Ich habe euch gesagt, dass solange das so bleibt, das auch so ist und wir das so hinzunehmen haben, ob uns das gefällt oder nicht. Ich weiß, da gibt es viele, die denken, sie können, wenn sie pumpig werden oder irgendwo rumstänkern, dass der Markt dann eher mal nach unten dreht und ihre Shorts wieder in Gewinn bringt, aber das funktioniert so nicht. Ja, das funktioniert generell. Man kann es auch beten, hoffen, glauben oder wie auch immer. Man sollte keine negativen Positionen im Minus ewig aussetzen. Das ist auf Dauer nicht gut. Das führt zum Jahresende in der Regel nicht zu einem Grünschnitt. Und da können diejenigen auch ehrlich zu sich selber sein. Und wir haben immer wieder gesagt, im Zweifel auch abkleben, damit man sich eben auch auf erhöhtem Niveau noch traut Long zu handeln. Und ich denke, wer das hier gemacht hat, der wird auf jeden Fall nicht bestraft. Und wir hätten gesagt, über 800 würde sich das aktivieren. Über 800 würde sich aktivieren, dass er in die 29, 89 reingehen kann. Haben gesagt, ob das jetzt 29 oder 89 ist, ist am Ende dann auch egal. Der läuft ja eh wahrscheinlich durch. Und nächste Zielstation ist jetzt hier eben auf der Ebene. Dann noch eine 18, 191 und eine 18, 67. Ich muss hier doll aufpassen mit den Tausendern. Ihr kennt, also die, die mich schon länger kennen, wissen, dass wenn wir auf Grenzbereiche von Tausendern kommen, ich mich oft mit den Zahlen verhaspelte, weil ich mich ultra doll konzentrieren muss, dass ich die Tausendern richtig ansage, weil ich sonst immer Ärger von vielen kriege. Und das ist für mich so unwichtig. Die Zahlen, die hier rechts stehen, die sind für mich einfach nicht wichtig. Für mich sind die Linien wichtig, für den Marken wichtig. Ich weiß, wenn er hier ein Muster bildet, dass er dann zur nächsten Station geht. Aber ob das jetzt in der 20.455 ist oder in der 16.229, das ist doch für mich sowas von egal. Die Zahlen erzähle ich nur, weil ihr das hören wollt. Das mache ich nur für euch. Und umso schwerer fällt es mir dann, gerade wenn man die Routine drin hat, jeden Tag immer von 17, 17, 17, 17, 17 erzählt und plötzlich kippt das, dann verhasp ich mich da immer. Für mich ist das, wie gesagt, ich ziehe mir das bloß für euch raus. Ich brauche die Zahlen da gar nicht, ich brauche das nicht angucken. Mir reicht das, wenn ich meine Kerzen sehe und mir die Supports und Resists reinziehen kann oder die Ziele. Ja, und Punkt. Wo war ich stehen geblieben? Ziel oben, 18, 1, 91. Genau, das wollte ich sagen. Darüber habe ich dann tatsächlich erst das nächste größere Ziel bei 18, 67. Das ist wirklich so. Das heißt, Zwischenziele müsste man sich dann untergeordnet aus den Tagesbewegungen rausziehen. Müsste ich halt so erst mal gucken, wie läuft der dann? Kann ich so jetzt noch nichts ableiten? Sieht mir aber persönlich schon sehr danach aus, jetzt geht der hier einfach jetzt so oben drauf, schön zum Verfall und dann bleibt er einfach da drüber und macht eine Range bis in den April rein. Das wäre doch wieder der Supergraue. Wieder das, was keiner hat. Dann, wenn die Ersten wieder richtig in die Longs reinkommen, hochtrenden wollen, pyramidisieren wollen, fängt er an, zur Seite zu schieben. Die, die in die Shorts sitzen, die sind so und so die ganze Zeit unzufrieden und maulen schon rum und stänkern, da ändert es auch nichts. Für die wäre bloß wichtig, dass er dann zur Seite bleibt und deswegen könnte ich mir das eigentlich sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Unten raus, auf Tagesebene, sind die Ziele eigentlich relativ unverändert, aber unten raus muss eben auch erst was passieren. Unten raus, ich müsste ja tatsächlich halt auch einfach mal anfangen, Signale zu setzen, wie zum Beispiel sowas wie 800 nach unten wegdrehen. Das wäre mal ein Anfang gewesen, hat aber nicht gemacht. Ja, wir hatten gesagt, richtig Shortmark wird es erst unter 17,600. Auch nicht. Ja, stattdessen 800 überwunden und damit potenziell nach oben aktiviert. Ich habe jetzt hier mal einen Strahl reingezogen über die letzten Hochs. Den habe ich mir reingezogen, weil ich fast damit rechne, dass der Mittwoch gegebenenfalls ein bisschen schwächer reinkommen könnte und erst mal so ein Abdrehen antäuscht, so wie es würde die 18.000 fett nach unten reagieren und sollte sich der Kerl hier aber im Bereich um 9,50 wieder nach oben drehen, dann würde der quasi nur auf diese Linie von oben aufsetzen und dann hier oben reinlaufen. Und dann ist der Bereich um 18,80, 18,20 sind die nächsten kleinen Zwischenziele hier auf dem Weg zu 18,190 und können hier gut reagieren. Und gerade die 18,80 sieht auch mit der alten Trendlinie, die da kommt, ganz attraktiv aus. Das heißt, da könnt ihr schön reinschießen und vielleicht von dort dann auch wieder aufs Tageshoch zurücksetzen und hier noch ein bisschen zur Seite laufen und sich einfach auf dem Niveau halten, Richtung Verfall in die Verteidigung gehen, einfach seinen erzielten Bereich verteidigen und hier noch ein bisschen was draufsetzen. Also das wäre für mich fast das Typischste, ein bisschen schwächer starten, rein in die 19, Entschuldigung, da geht es schon los, ja. 17,9,45, 17,9,50 rein starten, dann hochdrehen, hoch bis gut und gerne 18,80, 18,20 schießen und dann von dort wieder ein bisschen zurückkommen und hier oben einfach zur Seite stehen bleiben. Das wäre also meine Haupterwartung für den Mittwoch. Eintrüben würde sich das Ganze, wenn er vom Start die 9,50 nicht verteidigt bekommt, dann würde tiefer gehen, dann würde tiefer gehen auf eine 80 bis 8,50, das ist jetzt die zweitwichtigste Supportmarke runter zu und die sollte dann aber spätestens halten, sonst dreht hier tatsächlich die Stimmung ein bisschen ein und der Mittwoch färbt nach unten durch, weil dann das nächste wieder 8,67 wäre und wenn 7,60 fällt, dann geht er auch nochmal hier runter Richtung die Linie und die notiert dann mittlerweile auch schon bei 5,60. Ja, also dann hätten wir auch das T4 drunter, dann würde das wahrscheinlich eine weitende Verkeilung werden, haben wir auch oft gesehen im DAX in letzter Zeit, würde sozusagen sogar ins Bild passen, aber dafür würde ich wirklich erst sehen, dass er 9,50 nicht verteidigt bekommt und auch die 8,80, 8,50 nicht verteidigt bekommt und ich glaube, so viele wieder in der Short drin hängen, der wird wohl eher Richtung 80,80 flattern. Ja, gut, Target Chart haben wir geguckt, Trend ist noch aktiv, wir haben uns die Ziele oben angeguckt, die als nächstes wichtig sind, wir haben die beiden drei oder die zwei wichtigen Rücklaufziele besprochen und ich denke, damit solltet ihr eigentlich gut aufgestellt sein für den Mittwoch und handelt, was ihr seht, handelt nicht nur, was ihr haben wollt, nicht nur das, was ihr glaubt, was ihr eintreffen könntet, sondern wirklich mit dem Markt mitgehen, mit dem Markt mitgehen, das heißt, Short auch nur wirklich, wenn Short-Signale auftreten, wenn nicht einfach so, weil es irgendwie gerade schnell steigt oder zu viel gestiegen wirkt, das ist meistens kein guter Ratgeber, dann sitzt man erstmal im Minus und Minus und dann wartet und wartet und wartet man, bis man irgendwann in den Gewinn kommt und das ist einfach Zeitverschöhnung und es ist einfach nicht so effizient, wie wenn man versucht, mit dem Markt zu gehen, das funktioniert so vieles nicht besser. Gut, ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingenken, wir haben uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Tschüss.